Hallo Leute, Namaste, willkommen in meiner Indische Kyushu. Heute gibt es ein besonderes Gericht. Es ist Chana Masala Puri. Hier Chana Masala ist ein Kishapsengiri und Puri ist ein frittiertes Brot. In Indien ist dieses Gericht meistens in jeder Familie sehr beliebt. Besonders kochen wir es bei Festen oder anderen besonderen Gelegenheiten. So ich hoffe, versucht ihr auch erst. So jetzt zeige ich euch die Zutaten. 200 g getrockene Geschäbzen. Ich mag es meistens zu Hause zu kochen, weil wir sie mit einigen Gewürzen zusammen kochen und deswegen verwende ich die getrockene Geschäbzen oder man kann die doppelte Menge an gekochten Geschäbzen nehmen. Zwei große Tomaten, drei Knoblaugsäen, in die gleiche Menge Ingwer auch, eine große Zwiebel, ein Teelöffel Kurkuma-Pulver, ein schwarzer Cardamom. Es ist etwas groß und intensiv im Geschmack. Zwei Teelöffel getrockene Boxonglieblätter, zwei Teelöffel Koriandersamen, halben Teelöffel Chilipulver, ein Teelöffel Kreuzkümmel, Salz, zwei grüne Cardamom. Es gibt zwei Arten von Cardamom. Einer ist grün und der andere ist schwarz. Ein Stück Simt, drei Nelken, ein Lobbeerblatt und ca. sechs Pfefferkörner. So ist die Geschäbzen gründlich waschen und für ca. sechs bis acht Stunden einweichen oder über Nacht einweichen. So nach acht Stunden haben wir hier die eingeweichten Geschäbzen schon eingeweicht. Ich werfe dieses Wasser weg, aber je nach eurem Wünsch könnt ihr auch diesen eingeweichte Wasser wegwerfen oder mit diesem eingeweichten Wasser weiterkochen. Jetzt kochen wir die Geschäbzen weiter, so dafür eingeweichte Geschäbzen, Lobbeerblatt, Simt, schwarzer Cardamom, ca. 800 Milliliter Wasser und ein Teelöffel Salz in einen Schnellkochtopf geben und weiter für ca. 15 Minuten kochen oder bis die Geschäbzen weich sind. Und die Geschäbzen sind durchgekocht, die sind hier einfach zu zerdrücken. Ich empfehle euch dieses Gericht einmal so zu kochen, damit der Gewürzaroma überall durchgeht und es sehr gut schmeckt. Dann bereiten wir Tomatenpüree vor, so dafür Tomaten in einen Mixer geben und fein pürieren. Und für Gewürzmischung Kreuzkimmel, Koriandersamen, Nelken, Pfeffer und Cardamom in eine Pfanne geben und kurz nur 1 Minute anrösten. Head ausschalten und dann kommen Box und Glieblätter rein. Und diese Mischung in einen Mörser geben, alles gut zerkleinen. Und hier ist die Gewürzmischung für Chana Masala auch vorbereitet. Und jetzt für die Soße Öl erhitzen, Kreuzkimmel hinzufügen und kurz anbraten. Dann kommen Zwiebel rein und weiter andünsten. Kurkuma Pulver, Chilipulver und Salz hinzufügen und kurz anbraten. Die pürierte Tomatenmischung hinzugeben und auf mittlerer Hitze weiter für ca. 10 Minuten kochen lassen oder bis das Öl von dieser Mischung rauskommt. Und hier ist dieses Masala ganz gut vorbereitet, das Öl ist raus. Dann fügen wir die Krotte Geschäbzen rein und auch die Gewürzmischung. Und alles gut vermischen und zum Kuchen bringen. Danach zudecken und weiter für ca. 10 Minuten kochen lassen. Zwischendurch umrühren und für die cremige Konsistenz das Curry ein paar Mal zerdrücken. Das macht einen tollen Unterschied. Jetzt bereiten wir Buri, so dafür brauchen wir 150g weißen Mehl Typ 1050, 1 Esslöffel weißen Weichgieß, 1 Viertel Drillofel Salz und ca. 100ml Wasser. So jetzt bereiten wir den Teig, so dafür Mehl, Weizen, Gieß, Salz, alles in eine Schüssel geben und gut vermischen. Dann fügen wir nach und nach Wasser hinzu. Und hier der Teig Konsistenz ist eh fest. Zu diesem Teig gut kneten, mindestens vor 5 Minuten. Jetzt ist den bereit zudecken und für 20 Minuten gehen lassen. Und jetzt versuchen wir den Teig in gleiche Stückchen zu teilen. So hier habe ich ca. 9 Stückchen bekommen. Einen Teil des Teigs nehmen und ausrollen. Dafür bestreiche ich hier ein bisschen Öl von beiden Seiten und dann ausrollen. Dieses Puri sollte nicht so dick oder dünn ausrollen oder es ist eher besser etwas dick Puri ausrollen als dünn. Und hier ist dieses Puri richtig ausgerollt. Wir können auch direkt frittieren oder nach und nach alle Puri ausrollen und dann zusammen alle frittieren. Und hier zeige ich noch einmal. Jetzt frittieren wir die Puri, sodass wir Öl in einen Topf erhitzen und auf mittelhöhe Hitze erwärmen, weil diese Temperatur zum Aufblasen der Puri hilft. Es sollte aber nicht so heiß sein. Vorsicht Puri da reinlegen und gleichzeitig nach unten drücken, damit sie sich aufblasen. Dann umtüren und weiter frittieren. Und die Ali Puri frittieren, das frittieren geht hier sehr schnell. Und dann umtüren. Und wir sind fertig. Hier haben wir diese Puris und dann Chana Masala. Perfektes Essen, schmeckt sehr lecker. Natürlich kochen wir die Puris nicht oft, also kann man die mit Naan, Chapati oder Basmati Reis-Eats setzen. Und Chana Masala, dieses würzige Kishaps & Curry ist voll von Aroma und schmackhaft. So, ich hoffe euch, dass es euch gefallen hat. Versucht mal. Die Besutatenlist steht unter in der Infobox. Und schreibt mir im Kommentar, ob ihr auch dieses Kombination schon gegessen habt oder noch nicht. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann abonnieren bitte sehr gerne meinen Kanal. Es ist kostenlos und hilft mir weiter. Einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.